Am 10. März 2021 bewilligen wir Ihnen eine nicht rückzahlbare Zuwendung, nicht rückzahlbar ist die Betonung, Zuwendung in Höhe von 60,09% der tatsächlich entstehenden zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens 3.180.000 Euro. Ich bin mir sicher, da ist was Gutes mitgemacht worden, wir sehen das ja hier schon. Und da wird auch noch richtig Gutes für Schleswig-Holstein, für den Standort in Zeru, für den Kreis Steinbrück entstehen. Alles ganz gute damit und ich übergebe Ihnen gerne den Förderbescheid.